Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin sofort... Ich darf einfach nicht mehr durch jemanden durchlaufen. Das wäre ein Plan. Ach, mach auf, mach auf, mach auf. Bitte mach auf, bitte mach auf. Ja, auf der Rückseite ist auf, auf der Rückseite. Auf der Rückseite, okay, 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 okay. Lass mich, ich komm doch da nicht rein, so. Ja, okay, okay, Moment. So, komm rein, komm rein, komm rein. Das ist der Creeper. Ah, 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 ah. Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann und wir sind immer noch beim Hexelprojekt George zusammen mit dem Paluden. Hallo. Halli, hallo. Wir haben das jetzt aufgesplittet, und das heißt, in der ersten Folge, huch, ähm, Uh, da ist er, Alter. haben wir zu viert gespielt und wir mussten gerade das Baumhaus hier verlassen, weil der Ender hier aufgetaucht ist und ich hab ihn angeguckt, Herr Rast. Also wirklich? Ja, ich hab ganz lautes Sounds gerade. Also ich hab zumindest auch, aber er müsste doch schon völlig bei Nerners gehen. Nö, ist alles, ist alles, alles gut. So, was wolltest du sagen? Ähm, ich wollte sagen, dass, ups, ähm, wir das jetzt aufgesplittet haben in zwei Teams, das heißt, in dieser Folge machen Paluden und ich jetzt zusammen mal hier Haude gehen, vielleicht auch in der nächsten Folge noch und Max und Sturmwaffel, glaube ich, werden das gleiche tun, einfach damit es ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter ist, weil die erste Folge ja so übertriebenst actionreich war. Und, ähm, ja, Paluden, was haben wir uns für diese Folge ausgesucht? Wir haben ja einen Plan. Genau, wir wollten mal so ein bisschen die Gegend erkunden und da hinten am Horizont sieht man schon diese fliegende Insel und, ja, da wollen wir einfach mal ein kleines, kleines Adventure starten. Mal gucken, wohin es uns letztlich treibt, ob wir da noch irgendwas Cooles finden werden. Und auf dem Weg nehme ich einfach schon mal ein paar Bäume mit, wenn das okay ist. Oh, was ist der Ender? Können wir den vielleicht doch mal wegkloppen, ey? Wollen wir es probieren? Wir können ja, wir können ja den Countdown. Drei, zwei, eins. Oh, ich hab, oh, okay. Oh, der macht aber ordentlich Schaden, du. Echt? Ich, vor allen Dingen, man muss ja irgendwie immer auf die Beine schlagen, das hatte mir jemand immer gesagt. Oh, was ist da oben alles? Was ist denn das? Jetzt ist er komplett weg oder kommt er nochmal wieder? Er kommt 100% nochmal wieder. Oh, Alter. Wo, wo, wo? Da, da, da vorne. Ah, ich, ja, ich hab ihn nur am, am Bauch erwischt. Er ist wieder irgendwo. Ja, ich höre ihn. Wo ist dieser Schnappling? Ja, wieder ausrastet hier. Wir können ja schon mal trotzdem jetzt hier alles einsammeln. Was sind denn das alles für verrückte Sachen? So, hier. Sakura Zeppling. Ah, guck mal, wenn ich ganz unten abbaue, dann zerfetzt der ganze Baum das ganz kurz. Ja, genau, da ist ja diese Timber-Mod irgendwie aktiv. Ja. In diesem Mod-Pack. Das finde ich ganz cool. Das ist hier. War aber auch irgendwie nur bei denen so. Hier, guck mal, guck mal hier. Bist du noch da? Ja, ja, klar. Guck mal, hier ist irgendwie, ähm, Ziegelstein. Tatsächlich. Kann man immer mal gebrauchen. Nehmen wir mal mit. Ich hab immer Angst, dass ich irgendwie so ein Indianer-Friedhof schende. Oh, warte mal, ich guck mal, was hier drunter vielleicht ist. Warte mal, hab ich ne? Ne, obwohl das geht ja auch schnell so. Mach ich einfach mit Pfeilen. Ne, hier drunter ist aber mal gar nichts. Einfach nur ein bisschen Erde. Ich finde diese bemosten Steine sehen immer cooler. Ja. Ja, schön, dass die hier auch, ich glaube, in normalen Minecraft, da findest du die ja nur in diesen Dungeons, ne? Genau, ja. Warum wir auch noch hier hinwohnen, kann man jetzt leider nicht sehen. Vom Baumhaus hatten wir einen ganz guten Blick. Da hinten ist so ein, so ein, ähm, Sandberg und da war ein riesiger Lava-Vulkan. Das war ein bisschen, also wie so ein, so ein eruptionsartiger, also ein Vulkan, der, äh, ein erupierender Vulkan. Ja, haben, glaube ich, alle verstanden, was du damit meinst. Was ist das denn hier? Hier ist ein, hier ist ein Wildschwein. Bor. Bor ist Wildschwein, ja. Also Schwein. Nicht Pick? So. Ja, ja, Wildschwein, Schwein ist ja, ist ja alles die gleiche Gatterung, die sind ja alle da irgendwie. Ach, Redstone kann ich auch nicht. Ist auch gut, dass wir jetzt gerade, da hinten ist noch ein Turm, ne? Sehe ich gerade. Ja. Ach, dann komme ich hier wieder an den einfachsten Stellen. Ach, ich mach einfach, ja. Oh, hier ist auf einmal auch wieder Holz. Das sieht so ein bisschen aus wie das, wie das, was wir eben gefunden haben, bloß in, eben in Holz mit den Ziegelsteinen. Das ist hier. Das muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Also ich nehme auf jeden Fall die Kohle hier mal überall mit. Das wäre nicht verkehrt, wenn wir nachher mal ein paar Facken hätten. Da sind auch so viele Ressourcen, das ist krass. Ja, dass die vor allem auch so eine Erdoberfläche sind, ne? Mhm. Hat man ja sonst auch nicht gehabt. Alles komplett auf den Kopf gestellt. So, was haben wir jetzt hier hinten? Die schöne Lava, da muss ich jetzt unbedingt mal hin. Oh, da sind auch so viele. Ich weiß gar nicht, was für Erze alle so hier hinzugefügt wurden bei Hexet. Puh, keine Ahnung, also Milliarden. Milliarden. Ja, ich glaube, ich folge dir jetzt mal lieber, bevor ich hier gleich... Oder das Diamant an der Erdoberfläche, das gibt es doch nicht. Was ist denn da oben? Ach, das sind Rinder, okay. Kann man jetzt hier irgendwie... Ups. Drunter? Boah. Alter, sieht das krass aus. Alter, hier ist ja... Ach, das ist ein Dungeon. Krass. Muss man hier reingucken. Bei der Lava jetzt? Ja, genau, direkt dahinter. Das ist eine riesige Höhle. Mit mehreren Ebenen. Regenlos. Ich kann nicht mal bis zum Boden gucken. Heilige Macaroni. Das ist natürlich die Frage. Alter, was geht denn hier? Ja, Alter. Vor allem, wie viele verschiedene Erze hier einfach mal so rumchillen. Und sich sagen, ja, ist ein guter Tag. Alter, das reizt mich jetzt ja, ne? Das reizt mich jetzt, ja. Wir könnten ja zumindest mal... Ich meine, die Ausrüstung haben wir eigentlich nicht. Aber das hat uns, glaube ich, noch nie aufgehalten, in irgendeiner Weise irgendwas zumindest zu probieren. Ja, zumindest ein Eimer mit Wasser wäre natürlich jetzt mega hilfreich, ne? Das stimmt. Ja, dann... Aber wenn die anderen Jungs das entdecken und die alles weglooten, ey, das wäre natürlich auch... Was haben wir denn da unten so alles? Auf jeden Fall jede Menge Mobs spawnen. Aber wie kommen wir denn sonst jetzt hier uns sicher und heil runter? Vermutlich gar nicht, ne? Doch, doch. Na klar, wir kramen uns einfach den Weg nach unten. Ach so meinst du das, ja. Okay. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwo, äh... Eisen finde. Hier ist doch direkt Eisen. Ja, ich weiß. Da kann ich uns vielleicht zumindest mal... So ein Eimer gleich nochmal schnell... Okay. Ich kümmere mich währenddessen einfach mal um die... um die Konstruktion des Herunterkommens. Ja. Okay, ich muss mal was unterschalten hier. Eine Etage runter. Und noch. Das sieht doch top aus. Verdammt, ich brauch unbedingt mal ne Schaufel. Ach, ich kann ja... Das Eisen kann ich ja jetzt eh nicht verwerten. Dann bräuchte ich jetzt einen Ofen für. Wobei... Ne, den Ofen? Also ich hab genügend, äh, Pflastersteine. Das würde ganz, ganz schnell gehen. Hast du ne Werkbank, um das schnell zu machen? Äh, ja okay. Das ist natürlich das Problem. Ist hier nirgendwo Holz? Ja doch, ich hab hier das Holz. Warte. Ja, ja. Hier Sakura-Boot. Mhm. Okay, also warte mal. Ich leg dir dann hier die Pflastersteine mal hin. Zack. Ey, ganz kurz. Ich feier das grad so, dass wir wieder Minecraft spielen, ey. Also ich find das total beruhigend wieder. Ich freu mich so. Ja. Er ist einfach mal, mal... Also zumindest bei mir natürlich abseits der Minigames. Und ich hab ja zwar auch noch, äh, jetzt dieses Feed the Beast. Aber das ist einfach, einfach was Schönes. Einfach mal so ein bisschen, ja, einfach Abenteuer. Nicht so dieses, da ist jetzt wieder ein Minigame. Sondern einfach mal... Was hab ich jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Wir haben was ganz komisches gemacht gerade. Ich mach jetzt grad... Hä? Also das ist Rezept hier, glaub ich, hier, ne? Oder? So. Ja, das ist gut. Ich hoffe, man hier spawnt gleich nichts. Jetzt ist das Eisen weg. Das Eisen ist weg? Hä? Was? Ja, ich hab... Irgendwo ist... Ah, nee, jetzt hab ich sie in der Hand. Okay. Wieso klopp ich das eigentlich hier mal damit? Es wird dunkel, ne, mein Freund? Ja, ja. Deshalb... Äh, haben wir Fackeln, Kohle. Ich hatte doch auch Kohle. Warum ist die Kohle? Ach, da... Ich bin... Hallo, guten Morgen. Dann mach ich... Dann mach ich hier mal schnell ein paar Fackeln hin, damit, äh, die Leute hier nicht völlig ausrasten. Ja. Zack. Jetzt meinst, reicht, ich deuten erstmal reichen. Joa, glaub ich schon. Also, was mich hier wundert, hier spawnen auch keine Monster. Ja, noch ist es, glaube ich, noch ist der Lichtlevel nicht so extrem. Okay. Ich dachte, die würden hier prinzipiell so in so einer Höhle immer spawnen. Ja, die Höhle ist ja viel zu hell. Oh, warte mal, zu früh. Oh, ho, ho, ho. Okay, definitiv zu früh gefreut. Ja, hier ist ja eine richtige Party. Hier ist richtig was los. Mob Party oder was? Ja, die machen Barbecue hier, glaube ich. Okay. Ja, dann lass doch dann... Ich könnte jetzt so einen Eimer erstellen, kurz. Ja, mach einfach mal. Ich werde trotzdem mal probieren. Ich habe nur Angst, dass die unheimlich stark sind. Die reden, die miteinander? Die tauschen Emotes aus. Okay. Das ist ja völlig verrückt. Musst du dir unbedingt gleich mal angucken, wenn du bei dieser traumhaften Treppe runtergekommen bist, die wirklich, äh, ja, Archimedes hätte es nicht besser machen können. Auch wenn Archimedes bestimmt kein Architekt macht, wollte was Schlaues sagen. Ja. Leute, falls ihr wisst, wer Archimedes ist, ist bestimmt ein Archimist. Archimedes, Archimist, Philosoph. Weißt du es? Wer Archimedes ist? Mhm. Ja, natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, da in der Geschichtsstunde habe ich geschlafen. Okay. Wer ist weg? Nee, das verrate ich jetzt nicht, das verrate ich jetzt nicht. Das, ach so, also okay. Also ich hätte jetzt einen Eimer Wasser hier, mein Freund. Soll ich jetzt erstmal zu dir kommen? Ja, ja. Okay. Also ich würde ja ganz gerne mal mit denen... Aber das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Oh Gott, nee. Warte mal, vielleicht könnten wir gucken, weil hier ist doch bestimmt irgendwo eine Kiste. Meinst du die hier unten? Ah, das ist eine Tatsache, die reden über Schwerter. Sind das Freunde? Ja, das sind bestimmt Arbeitskollegen, ne? Ja, ey, mal ganz im Ernst, die sehen nicht aggressiv aus. Doch, der kommt irgendwas aus dem Spawner. Guck mal, der redet da über... Jetzt macht er einen Smiley-Face. Der will schlafen. Der ist bestimmt... Das sind bestimmt Freunde von uns. Echt? Ja, dann geh mal vor. Ja, okay, mach ich jetzt. Ich mach einfach mal in einem Mal Wasser runter, ey, und dann check ich das mal ab, ey. Mein Eisenschwert nehm ich mal trotzdem in die Hand. Man weiß ja nie. Natürlich wäre ein Lava-Eimer jetzt auch geil gewesen, ne? Soll ich noch schnell einen Lava-Eimer rüberschütten? Ja, genau, mach mal, mach mal. Äh, warte, dann bräuchte ich jetzt nur Lava. Ähm, wie komm ich jetzt... Muss ich wieder hoch jetzt? Oh, einfach hier. Ist ja die Treppe hier, warte. Irgendwie, wie ist das... Ja, ich danke dir. Ja, ach, okay. Warte, 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 hier. Ja, die ist... Da kannst du easy going hoch. Wo komm... Ach, hier. Guck mal hier. So mal hier. Das ist eben ein bisschen... Hier hast du es jetzt natürlich weggemacht. Ja, du bist schon in mir drin jetzt hier. Das ist alles... Ja, tu mir leid. So, da oben kommt doch die Lava gleich. Was haben wir denn hier? Ich hab nur, glaub ich, jetzt... Doch, alles easy. Alles easy. Ich guck mir Wendessen einfach mal an, was ich so erzähle. Oh, geht's doch gut. Vielleicht sind das auch Anhänger von George. Das kannst du natürlich haben. Also ich finde, auf mich machen die absolut... Was? Die sind definitiv aggressiv. Der eine ist die Wasserfall hoch. Der will hier richtig... Der will sich richtig prügeln. Okay. Das sind Zwerge. Dwarfs oder was? Ja, Dwarfs. Und die... Die rangeln jetzt da unten richtig. Also... Also ich komm an die Lava hier auch gar nicht ran, seh ich gerade. Der war beim Vulkan nicht? Ja, das ist... Wie ja, was? Der ist ja nur irgendwo ganz oben so ein Lavapunkt gesetzt. Ach so. Das fließt ja dann runter. Ich komm da nicht ran. Ich wusste gar nicht, dass man das dann nicht da abholen kann. Nee. Okay. Also vielleicht irre ich mich auch gerade. Wäre wieder total zerrissen. Ähm, ja, was machen wir jetzt, ey? Ich hab einen Pfeil im Bogen, ey. Kein Problem für mich. Okay, wie viel Pfeil hast du denn? Neun. Pass auf. Ich hab ja trainiert, Alter. Genau. Wie ja viele wissen. So. Ja gut, aber die stecken ordentlich was ein, offenbar. Ja, die haben 25 Schaden. Also Lebenspunkte haben sie. Weil da hinten... Oder warte, lass uns das doch so machen. Guck mal, siehst du da hinten? Ach nee, das ist auch ein Mob-Spawner. Ich würd gern wissen, wo hier ne Kiste ist. Weil wir könnten doch rein theoretisch uns einfach, ähm, ja, Spider-Man mäßig bauen wir uns einfach so einen Weg aus Pflastersteinen ganz schnell so darunter. Dürfen dann natürlich nicht runterfallen. Das wäre wirklich fatal. Und ich hoffe... Ja. Es reizt mich viel zu sehr, jetzt einfach runter zu springen und wegzurennen. Wegzurennen? Ja, dann irgendwie einfach, einfach, weiß ich nicht. Du, du, du möchtest Rumble in the Jungle? Ja, ich möchte Rumble in the Jungle. Ja, ja, gut, dann machen wir Rumble in the Jungle. Weißt du, ganz ehrlich, dann ist hier... Komm, komm, lass mal, weißt du, ich lebe den Thrill, Alter. Ich lebe das Risiko. Okay. Und bist bereit? Äh... Wir rennen, wir rennen da nach hinten rechts, ja? Also da, hinter die beiden Mobspawner auf die rechte Seite und dann da Richtung Zombies und da, und da warten wir einfach. Immer, immer weiter runter. Ne, nicht weiter runter. Also, ja, wir gucken, wir kriegen das schon hin. Bereit? Ja, okay, okay. Egal, scheiß drauf, einfach los. Ja, sorry. Okay, 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 okay. So, jetzt spawnen hier eine ganze Menge andere Leute. Schnappt ihr euch, schnappt ihr euch. Oh, oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind gar nicht so schnell. Die sind doch, das sind doch keine... Oh, oh, oh. Okay. Einfach immer weiter runter, das ist eine ganz gute Idee gewesen. Okay, okay, einfach runter. Oh, jetzt, bei mir bricht hier aber gerade die ganze Framerate. Ja, bei mir auch. Bei mir ist das auch hier gerade ein richtig... Weil hier einfach gerade alles spawnen. Nein! Creeper, was passiert? Was passiert? Mich hat jemand, mich hat jemand perfekt geschlagen, ich bin unten in der Lava. Ich bin unten in der Lava, halt die Stellung, es ist alles tutti froh, erzähl einfach weiter, was gerade so passiert. Lebst du noch? Ich bin, ich bin absolut gestorben. Absolut. Die haben mich, die haben mich in die Lava gekickt, ist alles kein Problem, erzähl einfach mal weiter, was bei dir gerade so passiert. Oh, jetzt kann ich die Kiste nicht öffnen. Ähm, es passiert ganz Furchtbares und es war der schlimmste Fehler, hier runter zu gehen. Und dementsprechend baue ich mich jetzt hier einfach ein, ey. Kein Ding. Oh, da kommen schon welche, da kommen schon. Oh, 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 okay, alles klar. Okay, alles gut. Ähm, Paluten? Ja, ich, ich, wie sieht's bei dir aus? Aber die haben doch Spitzhacken, oder nicht? Ich bin jetzt einfach eingebaut, ich hab mich einfach eingeführt jetzt. Okay, warte. Ähm. Alter Maul, wo? Und irgendwie bekämpfen sie sich selber. Die sind so blöd, Mann. Die sind so blöd. Ich hör nur, wie sie sich selber irgendwie... Kann der Creeper mich hier durch... Nee, das kann er nicht. Das kann er nicht. Hoffentlich nicht. Jetzt bin ich schon wieder da. Huh? So, warte mal. Ich hab irgendwas gehört gerade. Okay. Jetzt ist es total still. Oh, oh, ich hab hier mich schon fast wieder selber. Also, warte mal, warte mal, wo bist du denn? Du bist immer weiter nach unten gelaufen. Ja, ja, irgendwo unten. Bist du denn wieder da? Ja, ich bin wieder da. Okay, und du musst einfach weiter runterspringen. Und irgendwann passierst du dann ein, äh, äh, dreimal drei großen, äh, Stein-Klotz. Da bin ich drin. Okay, wie wär's denn, wenn du dann, wenn ich sag, jetzt, 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 dann machst du den schnell auf, ich spring rein und du machst wieder zu. Ja, das wär ein Plan. Aber dann kommen wir sofort runter jetzt. Okay, und los. Oh, komm schon, bitte, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Ich hab hier gerade richtig komische Geräusche, als wäre so ein Sternschnuppe irgendwie hier. Alter, die gucken mich immer alle an, als würden die... Aber warte mal. Die... Doch, die kommen einem hinterher. Ja, ja. Oh, Alter. Jetzt lass mich bitte in Ruhe. Wie weit bist du denn gelaufen? Ja, ich bin schon drei, vier, fünf Schichten runtergeraten. Oh, ich hab Angst, dass sie mich... Oh, nein. Ey, das, das werde ich, das werde ich niemals schaffen. Ich muss denen irgendwie ausweichen. Tut mir leid, Leute, das ist gerade ein bisschen... Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich bin, ich bin sofort... Ich darf einfach nicht mehr durch jemanden durchlaufen. Das wär ein Plan. Ach, da, da, mach auf, mach auf, mach auf. Bitte mach auf, bitte mach auf. Ja, auf der Rückseite ist auf, auf der Rückseite. Auf der Rückseite. Okay, 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 okay. Lass mich, ich komm doch da nicht rein, so. Ja, okay, okay, Moment. So, komm rein, komm rein, komm rein. Ah, 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 ah. Oh Gott, oh Gott. Nein, ich bin schon wieder... Alter Schwede. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert? Es ist offen. Es ist offen und ich so, ich komm nicht rein. Oder kommt von rechts auf einmal der Creeper. Oh, ich versuch einfach so viel wie möglich zu holen, ey. Ich weiß noch nicht, wie ich wieder hochkommen soll. Einfach hochrendern. Ey, das krieg ich schon irgendwie hin. Ey, das war... Wir sind so dumm, wir sind so dumm, Mann. Oh, das war so herrlich. Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Ich schwöre euch, ey. Ich schwöre euch. Oh Mann, davon hätte ich gerne Slow-Mo. Der Creeper, ey. Der hat mich wieder... Jump-Square. Jump-Square. Jump-Square dabei. Der war nicht, wie du mich einfach nur angeguckt hast. Und es war einfach so ein Block offen. So, wie soll ich denn da durchkommen? Ah, aber hier ist richtig was abgegangen. Also hier, jetzt habe ich wieder Pfeil und Bogen, ey. Da kann ich mir vielleicht zumindest ein bisschen... Dass ich noch lebe, Alter. Ich bin aber der unglaublich... Okay. Unglaublicher Thriller. Oh, was habe ich denn jetzt? Die haben mich verlangsamt. Ich habe irgendwie so eine... Ich habe so eine scheiß Stahlkugel an mir dran. Ach so, ach, das kann ich ja gar nicht öffnen. Jetzt muss der Spawner... Ich bin total langsam. Was soll der Scheiß? Ja, die haben dich wahrscheinlich hier wirklich tatsächlich verlangsamt. Oh Mann. Jetzt muss ich mich mehr ausweichen. Jetzt muss ich mich gerade reden. Ey, wenn ich das hier rausschaffe, Leute, ich schwöre euch, dann... Oh, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Nein, der hat mich mit... Was? Was ist denn ein scheißes Werk? Der hat mich mit einem Schlag? Hat er mich weggekillt? Okay, ich versuche all deine Sachen zu looten. Ja, und renn einfach nach... Renn einfach zurück. Okay, ich habe viele Sachen gelootet von dir. Ich konnte nicht alles nehmen. Bitte, 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 bitte. Oh, komm schon. Oh Mann. Lauf. Nein, aber er hat mich wieder gehittet. Ich habe zumindest den Eimer und du hast auch ein verzaubertes Buch gehabt, ne? Ja, ja, ja. Ich war so der Oberskiller, ey. Warte, warte. Schnell noch. Oh, bitte, bitte, bitte. Tötet mich nicht. Tötet mich nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Leute. Was hier los? Hast du es geschafft, oder was? Ja, aber ich weiß nicht, wie viel Prozent ich deiner Sachen... Oh Gott, warte mal. Hier muss ich hoch. Alter, hier kommen ganz, ganz komische Geräusche. Ich habe zumindest eine Steinspitze. Ah, ich habe aber dein Eisenschwert nicht. Oh. Ja, vielleicht gehe ich dann auch nochmal runter, ey. Ich weiß es nicht. Ja. Wir können uns ja eine Truhe bauen, wo wir erstmal die ganzen Sachen sichern. Ja. Und dann gehen wir nochmal da runter und holen den ganzen Stuff. Wäre auf jeden Fall nicht blöd. Ne. Das wäre definitiv nicht ganz... Warte mal, hier muss ich nochmal... So, Pflasterstein, zack. Wo war denn das Ganze? Was denn? Ich bin jetzt da. Okay. Zack, zack, zack. Jetzt bloß nicht in die Lava. Da bist du... Ja, da kommt er doch schon. Hallo, guten Tag. Also das Shiny, Shiny Bobbles hast du. Das ist ein bisschen Schwarzpulver, hast du auch von den Creeper-Action. Hier deine Lederhose. Du hast einen Sattel, krass. Ja. Ist das alles meins, was du da hast? Ja, ich hatte ja nichts... Ich habe ja nichts mitgenommen. Was ist das denn für ein Geräusch hier? Was ist das denn? Hörst du das? Ja. Ich weiß es beim besten Willen überhaupt nicht. Was? Ich bin schon wieder im Creative-Mode, Alter. Das gibt es doch nicht. Aus irgendeinem Grund werde ich immer, wenn ich sterbe, in den Creative-Mode... Ich muss das leider kurz wieder umstellen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Oh, deine Ziegler... Oh, du hast auch... Oh, Necronomicon-Page. Oha. 847. Hier. Wie heißt es? Evil Dead. Okay. Wie heißt denn der Film hier? Komm. Tanz der Teufel. Da liest du doch unten dieses Buch vor. So, pass auf. Okay, da muss ich definitiv passen. Kennst du nicht Tanz der Teufel? Nee. Was? Sam Raimi, der das Spiel der Spider-Man gemacht hat. Mit T-Ash, der die Kettensäge als Arm hat. Wie gesagt, kein blassen Schimmer. Nein. Ey, hast du mir schon ganz viele Sachen gegeben? Ja. Natürlich. Ah, jetzt ist es drin. Okay, alles klar. Ein kleiner Herzschild schlagen. Warte mal. Das war aber kein komplettes Inventar, oder? Äh, nee, nee. Ein komplettes Inventar war es nicht. Deshalb sollten wir uns ja auch beeilen, damit es nicht decayt und so. Ja, aber das ist bestimmt schon alles weg jetzt, was ich da unten verloren habe. Bist du dir sicher? Fünf Minuten bleibt das. Fünf Minuten? Waren das schon fünf Minuten? Ja, ich mach jetzt mal schnell eine Kiste hier. Okay, dann werden wir alles oder nichts. Eigentlich müssen wir auch die Aufnahme pausieren. Ah, jetzt hab ich schon wieder eine Crafting-Box gemacht. Ich dreh durch. Eine Crafting-Box? Ja. Ja, dann würde ich sagen, dass wir dann einfach mal beim nächsten Mal versuchen, die Sachen zurückzuholen. Alternativ werden wir dann vielleicht uns doch nochmal nach da unten begeben, falls wir da eben nichts finden. Also wir müssen einfach mal gucken, was wir da am Ende machen. Hast du noch irgendwas Produktives zu sagen, lieber Bergmann? Nee, ich werde auf jeden Fall nochmal, glaube ich, kurz runterspringen. Ey, ich weiß es nicht. Egal, wobei, nee, man muss sich... Die Sachen sind weg. Die Sachen verschwinden hundertprozentig nach fünf Minuten. Okay. Ja. Schade. Ja gut, dann werden wir das so machen. Wir werden uns ausrüsten. Und dann werden wir denen da unten richtig in den Arsch treten. Ja, das ist der Plan, ey. Das ist der Plan. Gut Deutsch gesagt. Okay, also auf jeden Fall, ja, ich bin fertig, auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ja, aber wenn wir irgendwas Essentielles falsch machen, dürft ihr uns natürlich gerne helfen. Ansonsten, wenn ihr mögt, gebt gerne dem Video einen Daumen hoch oder schreibt einen konstruktiven Kommentar. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Also mir macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Ich bin angefixt. Ich bin richtig heiß. Ich bin noch noch auf. Ja, ey, 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 ey. Go, go, go. Alles klar. Tschüss. Ich bin noch nicht mehr. Vielen Dank.